Was geht ab meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Bitcoin Update Video. Bitcoin momentan bei 26.800 US-Dollar. Wir hatten heute Nacht noch mal einen oder gestern Abend noch mal einen leichten Abverkauf in Richtung 26.500 US-Dollar. Kurs hat sich wieder eingependelt. Wir haben leider noch kein tieferes Tief gebildet. Warum das eigentlich wichtig gewesen wäre, schauen wir uns jetzt auf jeden Fall im heutigen Update Video an. Und heute steht auch noch eine wichtige Entscheidung an. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram Talk und Signalgruppe rein. Wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Gestern auch noch ein News-Video gedroppt, was so im Endeffekt am Markt momentan los ist und was auch heute sehr, sehr interessant werden könnte. Und für alle, die noch nicht bei Bing X registriert sind, für alle, die sich noch überlegen, gehe ich jetzt zu Bing X. Ihr habt weiterhin die Möglichkeit, wenn ihr euch neu registriert und dann 100 USDT einzahlt, 50 Dollar in USDT Trades zu bekommen. Und noch geile Aktion, kann ich ein kleines Merch-Paket euch verschicken. Also für alle neun. Ihr kriegt dann so einen Pulli, ich glaube eine Flasche, eine Tüte und ich glaube noch irgendwas. Also wenn ihr Bock habt, da mitzumachen, einfach registrieren, mir privat oder wie gesagt in der Gruppe die UID schicken. Das ist dann diese Nummer, die ihr im Endeffekt bei Bing X zugeteilt hat in eurem Account. Die mir einfach schicken und dann wird es bis nächste Woche Freitag ausgelost. Also wenn ihr Bock habt, Merch-Paket zu gewinnen, macht da gerne auf jeden Fall mit. So und damit würde ich sagen, gehen wir rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin bei 26.800 USD. Wir sehen hier, dass wir einen schönen doppelten Boden hier mittlerweile geformt haben. Problematisch, wie gesagt, ist einfach nur, wir haben kein tieferes Tief gebildet. Klingt jetzt für viele wahrscheinlich wieder, warum tieferes Tief, ist doch beschissen. Ne, ich hätte hier gerne im Endeffekt einfach noch die Liquidität unter diesem Tief geholt und eine kleine Bullish Divergence gehabt. Das wäre mir deutlich, deutlich lieber gewesen. Anstatt jetzt hier so einen doppelten Boden, der jetzt hier schon wieder so ein bisschen so seitlich abfällt. und das Volumen aus dem Markt geht. Ist nicht wirklich Wunsch-Szenario. Wir haben gestern, nachdem die VPI-Daten veröffentlicht wurden, die übrigens leicht erhöht sind, aber im Gegensatz zum Vormonat 1 zu 1 gleich. Prognose war letzten Monat gleich und dieser Monat waren im Endeffekt die Zahlen gleich. Also ergibt sich nichts, sollten wir jetzt nicht zu viel Wert drauf legen. Auf jeden Fall haben wir gestern schon darüber gesprochen, dass das Ziel kurzfristig in den kleineren Timeframes und auch jetzt hier im 1H und 4H die 27.000 USD Marke ist. Im Best Case wäre es natürlich hier oben die 27.4. Die erreichen wir aber nur und das habe ich eben gestern in dem Video dazu gesagt. Ich kann es nochmal ganz kurz aufmachen und zwar wird heute sehr, sehr wahrscheinlich eine Entscheidung getroffen, ob der Grayscale Bitcoin Trust in ein ETF umgewandelt wird. Wir haben Freitag den 13. für alle, die es interessiert, wir haben Freitag den 13. würde gut dazu passen. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht dran, dass heute dieser ETF zugelassen wird. Kann ich mir nicht vorstellen, auch wenn eben auch von den News her oder von der Lage her der Grayscale Bitcoin Trust Bitcoin deutlich outperformt seit einigen Monaten und normalerweise laufen die immer parallel. Das habe ich gestern im Video schon mal erklärt, also schaut euch das gerne an. Wird interessant werden, ob das heute wirklich zugelassen wird. Wie gesagt, ich glaube da ehrlich gesagt nicht dran, könnte aber für einen exorbitant hohen Move sorgen. Ansonsten sollten wir, wie gesagt, hier oben Richtung 27k hochgehen. Ich werde keinen Short machen, das sage ich schon mal gleich dazu, weil mir das Risiko einfach zu hoch ist. Sollte danach ein Abverkauf folgen, kann ich mir gut vorstellen, dass diese Richtung 26.2 bis ungefähr 26.100 US-Dollar geht. Von hier aus würde ich gerne eine Gegenreaktion nach oben hin sehen und dann diesen Zielbereich ungefähr 27.400 oder sogar noch höher erreichen. Wie gesagt, wenn wir jetzt hier unten diesen doppelten Boden mit einer Bullish Divergence gehabt hätten, in diesem Falle, wäre es perfekte Long gewesen, meiner Meinung nach. Einfach wegen der Bullish Divergence, wegen dem tieferen Tief, was wir abgegrast haben und der Liquidität. So wie es jetzt aussieht, kommt es mir irgendwie so ein bisschen rüber, als könnte das ein Fake-Out wiederum darstellen. Und dann im Endeffekt hier oben am Golden Pocket schon das Ende sein, bevor wir dann den nächsten Abverkauf sehen. Ansonsten, wie gesagt, tut sich hier sehr, sehr wenig, was den Chart anbelangt. Golden Pocket auch hier auf 4-Stunden-Basis, wegen dieser Supply-Zone, sehr, sehr interessant. Das ist unser massiver Widerstand. Kommen wir da drüber, ist alles wieder schön und gut und wir können vielleicht auf höhere Kurse hoffen. Aber sollte dieser Widerstand hier oben nicht gebrochen werden, gehe ich ganz stark davon aus, dass die 26k kommen oder sogar hier unten die 25.2. Das sind einfach die Zonen, die momentan am interessantesten sind für Long-Positionen. Und den Rest ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu riskant, auch hier irgendwelche Short-Positionen einzugehen. Gehen wir rüber zu Ethereum. Wie sieht es dort aus? Hier im Endeffekt alles aufgelöst. Die Bullish-Divergence, ja, war kurzfristig da, aber der Abverkaufsdruck war dann doch ein bisschen zu hoch. Hat sich dann für einen Long nicht angeboten. Da sehen wir Riesenunterschiede. Gestern haben wir noch Ethereum gelobt, weil im Endeffekt hier Stabilität drin war und Bitcoin weiter abverkauft wurde. Heute oder gestern im Endeffekt genau das Gegenteil. Ethereum wieder deutlich, deutlich schwächer. Hat sich auch im Endeffekt das Tief hier drüben geholt und sogar einen tieferen Schlusskurs auch noch gehabt. Also wirklich nicht Bullish. Das heißt auch Ethereum ist momentan Long absolut uninteressant. Nächste Zone, die ich jetzt erst einmal im Blick habe, ist einerseits dieses Tief oder sogar, und das seht ihr hier drüben, hier drüben ist doch eine sehr, sehr große Ineffizienz, beziehungsweise diesen Pump sollten wir füllen mit Liquidität. Dann wäre sogar das Ziel hier unten die 1480 US-Dollar. Würde sich dann als nächste Long ergeben. Wie gesagt, das ist nur so eine kleine Zone, aufgrund des Tiefs würde ich nicht Long. Für mich persönlich 1480, und dann können wir weiterreden über potenzielle Long-Positionen. Und das würde auch sehr, sehr gut, glaube ich, dazu passen, wenn Bitcoin eben hier die 26.2, 26.1 noch einmal antesten sollte. Ja, ansonsten gibt es, wie gesagt, wenig zu sagen. Später kommt noch ein XRP-Update um 12 Uhr, wie immer neue Podcast-Folge auf Spotify, Apple, Deezer, etc. pp. Hört da gerne rein und macht gerne bei dem Gewinnspiel mit, wenn ihr noch keinen Account habt bei BingX. Registriert euch mit dem Link unten in der Videobeschreibung und dann habt ihr die Möglichkeit, ein Merch-Paket zu gewinnen. Dann war es das von mir. Ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende. Telegram-Rubbe-Join, Like da lassen, Abo da lassen. Wir hören uns später wieder. Bis dahin, ja, lasst es euch gut gehen. Bis später. Ciao, ciao. Und wie immer, stay good.